Hallo, ich bin hier in Brot Allemagne. Ich habe einen Ton mit Kläven, mit einem Desket, Pelpel, Zodichai, Baza, Blöwesio, wo mir noch ein DKP war, irgend. Das war mir in Thunze, mit Tante Louise und Bas Breis. Gibt es da überhaupt Leute, die Protonisch verstehen? Ich habe eben gesagt, nein, ist egal. Gibt es da überhaupt Leute? Ich habe eben gesagt, nein, ist egal. 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 Wer den Namen dieser Melodie kennt, kriegt eine Kiste Bier von mir. Ja, danke.